Es gibt Personen, denen man zu 100% vertrauen kann. Sie würden ein Geheimnis niemals einfach so ausplaudern. Wir verraten euch drei Sternzeichen, die schweigen wie ein Grab. Krebs Der Krebs ist von Natur aus überaus loyal und steht immer hinter seinen Liebsten. Ob in der Familie oder im Freundeskreis, bei dem Wasserzeichen ist jedes Geheimnis sicher. Jungfrau Jungfrauen sind super schweigsam. Das Einzige, was die Jungfrau hin und wieder in die Bredouille bringen könnte, ist ihre Ehrlichkeit. Notlügen sind nichts für die pragmatischen Jungfrauen. Steinbock Auch die eher introvertierten Steinböcke sind überaus kontrolliert und würden nie einfach so etwas Geheimes ausplaudern. Allein schon aus der Sorge vor den Konsequenzen. Das Ehrzeichen ist zudem absolut kein Fan von Klatsch und Tratsch. Das Ehrzeichen ist zudem absolut kein Fan von Klatsch. Und heute die Gesang mit Dr. Kolb, weit dritten Sorge, Und heute die besten Punch. Und heute kommen die segunda G одежде.